Vor Ort, von der Wartung her, soll ein gutes Essen geben, ein gutes Klima herrschen, dass man sich austauschen kann im normalen Rahmen, ohne Krawatte oder gerne mit Krawatte. Es spielt keine Rolle, recht offen, eben open. Dementsprechend ist das eigentlich die Wartung, das ist fertig näher. Ich für mich persönlich sage, das, was mir dort vor Ort geboten wird, kann ich mich ja selber etwas ernasen nehmen und sagen, es laufen Kameras rum, es sind Mikrofons rum. Es ist eine Stage rum, die auch recht offen gestaltet ist, also ich muss mich auch nicht mal anmelden. Ich kann vor Ort spontan sagen, ich gehe auf die Bühne und will etwas erzählen, es wird aufgezeichnet. Klar, unter der Marke Gmail Engineering und Open Source. Aber ich habe eine Gratis-Plattform für mich zu kommunizieren, Punkt. Egal, wer ich bin, ich als Michel, als Person oder als Inhaber von Gmail Engineering, als Mitinhaber von Essentia oder eben die, die auch schon stehen nehmen, die schon auf der Karre aufgesprungen sind, noch bevor es ein Open Source geheissen hat. ARD Text im Auftrag von Funk www.leihand.de